Jo Leute und herzlich willkommen zu Revo auf den Revinz-Side-Server mit der Lara Und zwar wollen wir zwei Gegner durch eine, mindestens einen Gegner durch eine Falle töten Komm, äh, komm, komm, nach hinten Ja, Zuckerrohr, Zuckerrohr Ja, Zuckerrohr werden wir jetzt glaube ich nicht brauchen, aber Wir brauchen Bäume Ich schaue, ob hier Viecher sind Wir dürfen aber auch nichts Da du ein bisschen Village drauf, komm, versuch ein bisschen Village drauf Da können wir auch Stimme abholen Nee, nee, warte, das ist hinter der Barriere Nein Hä, hat man voll gesehen, Jo Nein, ich hatte das nicht gesehen Hä, wirklich? Nein, wir brauchen Bäume, wir brauchen Bäume Ich muss, es geht, sonst geht gar nichts Oh mein Gott Da drüben sind keine Bäume Oh mein Gott, da sind Spieler Oh mein Gott, was? Der hat etwas Aber keine Waffe, das ist eine, das ist eine Hacke Der macht damit keinen Schaden Also, nur ein Herz Oh Gott, hä? Hä, woher? Renn weiter, renn weiter Woher haben die das? Da von der Mitte, da waren Truhen Aber das macht genauso viel Schaden wie in der Hand Also Das ist jetzt Ja, ich hab's nicht genau gesehen, was der hatte Oh Gott, Mann Boah Hä, es sind überhaupt Bäume Wo bist du, Lara? Bin schon neben Okay, du bist nicht mehr gut Oh, ne Ich bin noch reingefallen Da ist noch ein Villager Sind wir gerade Nee, da ist ein Villager-Dorf Hinter dem Ah, okay Nein, nein Ein bisschen Haben die Holz, haben die Holzbieder Okay, sind die immer noch hinter uns her? Die sind, glaube ich Das sind aber Leute, die haben Waffen, oder? Die haben doch sicher da was abgebaut Ja, ja Schnell, schnell Weg, weg Oh mein Gott Komm, ich muss da mindestens zwei Holz abbauen Ja, aber mal schnell Ich warte auf dich Oh, ne Boah Der wollte zu den Spinnenweben setzen Okay Ich renne weg Komm mit Okay, ich bin hinter sie Ich hab zwei Holz Das ermöglicht mir schon mal eine Waffe Okay Ist jemand hinter uns Pass auf, dass niemand kommt Warte Hinter uns ist niemand Hinter uns Okay, gut Dann craft ich schnell Nur eine Waffe So, zack Dann kannst du mindestens nicht eine Waffe haben Zack Okay, gut Ich mein Da kommt welche Am Schwert Oder Am Schwert Geh weg von der Workbench Ich bau die ab Oh mein Gott Mal schneller Holz ist so wertvoll Okay Du hast keine Waffe Komm Nein, wo rennst du hin? Komm mit, komm mit Boah, das wird schwer Ich weiß, ob ich das mit der Pfanne noch hinkriegen Okay, man Komm mit, komm mit Also Du bleib noch ein bisschen weiter hinten Weil ich werde es Oh, ne Da hat sich eine Waffe Wo bist du? Ich renne mal zu denen Ich muss da echt was machen Ich muss da was reißen Entweder bekomme ich Holz Ich hab ein Holz Beim Willis oder auch Okay, gut Ich komm mal zu dir Ähm, hier Crafte was Ich pass auf, dass niemand kommt Da drüben rennen schon welche Aber Ich hab nix Aber jetzt hab ich Essen Und so, also Ich hab ein Schwert Okay, ich hab ein Schwert Ich hab ein Schwert Okay, lass mal schnell hier abbauen Mal gucken, wer schneller ist Ich glaube ich Ja Ich hab Na egal, komm mit Komm mit Die töten wir Bist du hinter mir Komm mit Guck Du rennst Das mit Ihn so hinterher Und ich Ran hier Down Okay, das down Da ist der zweite Da ist der zweite Äh, wo? Ah, da Okay Den holst du dir mal Also ich weiß nicht, ob wir das mit der Falle noch hinkriegen Ich glaube nicht Nicht Aber es wäre trotzdem eine spannende Folge Wir können es dann in der zweiten Runde noch versuchen Wenn sie also noch ausgeht Ey, weil das ist ziemlich fast Okay, Moment, ich schneide mal so den Weg ab So, okay, gut Ja, der ist im Wasser Den haben wir Down Den hast du Aber ich hab die Sachen Okay, der hat eine Lederkappe Ich hab die mal aufgesetzt Da war doch noch jemand Ich glaube, da ist Da war noch jemand Aber ich weiß nicht, wo der ist Also gut Wir haben schon mal eigentlich ziemlich okay Sachen Wir haben Holz Da Holz wirklich sehr wichtig ist Nämlich auch mal die Workbench mit Weil Wir werden Ich glaub, das Ist das komplette Village Und auch schon hinter der Border Äh, nein Wir brauchen noch mehr Holz Komm mit Doch, da ist ein Name Da ist ein Name Da ist ein Name Ja, ich hab doch gesagt Da könnte jemand sein Ich hab doch jemanden da gesehen Da braucht ihr was ab So, zack und down Gut Oh, ich muss Das ist schon zu nah In der Border Da, also auf jeden Fall noch Holz abworn Ja, ich mach so schnell Auf jeden Fall noch Holz abworn Wir müssen jetzt echt mal alles mitnehmen Was da geht Ich sehe Ich habe zwei Holz Nur die Stämme mitnehmen Nur die Stämme mitnehmen Ja, ja Die sind viel besser So, zack Drei Drei Holz Drei Holz Das wird Also Holz ist ja echt wirklich schon unbezahlbar Man Ohne Holz Geht gar nichts Also Ich töte schon euch in die Portiere Okay, wir haben Holz Das heißt, wir Sind im Vorteil Wir sind hier schon Glaub ich mal überlegen Hä? Hier war einfach 24 Holz Ja, ich habe eh genug Essen Brauchst du Essen Ich habe wirklich genug Da habe ich jemanden gesehen Ich habe jemanden gesehen Ah, meine Rücken Ich habe jemanden gesehen Meine Rücken hat gerade vollgeknackst Da war irgendjemand Hä? Wo bist du? Ja, die haben sich glaube ich runtergebaut Ja Ja, spinnen wir Wunderbar Okay Ja, haben wir Go down Down Okay, haben wir gewonnen Ich konnte nicht jetzt waschen Boah Runden dauern 6 Minuten Das ist doch Noob Also gut Dann sehen wir uns einfach Da die Runde wirklich so Ja Ja, Leute Also Wir sind einfach mal In der nächsten Runde wieder Oh, mein Rücken Bis gleich Wir sind schon in der nächsten Runde Und hoffentlich klappt es diesmal mit der Falle So Und Da hinten sind Bäume Da hinten sind Bäume Zu den Bäumen rennen Leit da hinten? Okay Ich weiß nicht, wo du meins dabei Kommt auch nein Wieder einen zweiten Slot So Komm Achso, da Das sind Bäume Die Kühe sind jetzt mal Da ist eine fette Höhle, glaube ich Dann Okay Also wir fangen dann auch direkt an mit der Falle Wir müssen die dann auch so Circa 80 Blöcke von der Border weg machen Damit die auch hält Weil sonst Sind wir da zu nah bei der Border Also gilt Was abbauen Um Schwerte zu bekommen Da kommen schon die ersten Hier ist dein Schwert Hier ist dein Schwert Ja Angriff Warte Down Der ist das down Da hat er anscheinend nix Ja, warte, wo bist du? Da sind schon die nächsten Die haben Lederrüstung und so Ja, warte Ja Komm mit, danke Okay, gut Okay, gut Schön auf die gehen Komm Womit ich will die Lederrüstung haben Wir haben noch nicht so viel Die haben noch gar nichts Also ich gehe mal auf die mit der Lederrüstung hier Okay, ich gehe auf den anderen Oh, oh Oh, der ist zurückgebackt Oh, der ist zurückgebackt Ich habe einen Ich habe einen Okay, gut Den anderen tötet ich immer schnell Und der andere ist down Gut Oh mein Gott Ja, renn weg, renn weg Ey, der hat mich voll überrascht Ich habe mich einfach Okay, das down Ich habe Okay, gut Komm Du bist schon viel zu nah an der Border Ey, wir müssen wieder weiter weg Ja, die rennen schon weg Okay Lass uns mit der Falle anfangen Hol holz und dann los Okay Wie sind jetzt eigentlich auch Komplett Nee, nee, warte, warte Eins, zwei, drei, vier, fünf Ähm Unsere Höhe ist 60 Okay Also mindestens 24 Blöcke runter Was leckt ein bisschen Hä? Nee, nee Hä? Ich habe so richtig wenig FPS Hä? Was ist denn da jetzt los? Also ich habe Ich habe nur 19 FPS 17, 16, 15 Moment Oh, schnell Äh, da ist eine Höhle So, zack Ich habe mal kurz hier so gemacht Ich habe mal kurz so ein Standbild Ich habe wieder solche Legs Was ist denn da los? Ja, von mir auch 36 Boah, ich habe 35 34 Okay, gut, warte Das ist die Höherei Ich muss jetzt nicht mehr tiefer bauen Gar kein Licht Und deswegen kann ich Nichts erkennen Deswegen muss ich jetzt einfach Hier so random bauen Ich weiß, wenn man nicht Hast nicht die ganze Abbaue Hier kommt dann halt Soll ich jetzt Steinschwetter machen? Ja, mach Steinschwetter Okay Oder was hast du Wie viel essen hast du? Null Achso Na gut Also ich habe jetzt so das Glas hier gesetzt Guck mal Du musst wissen In diese Ecke musst du dann reinspringen Wir bauen es hoch Und zwar Äh Hier, wir müssen schnell Leute herlocken Schneller, schneller Ja, okay Ich bin in der Ruhrfläche Komm hoch Ich auch Schleisch Achso Schnell zur Mitte Schnell zur Mitte Scheiße Unsere Falle ist da Ist knapp dahinter Ist fast dahinten Komm, komm Scheiße Das sind welche Das sind welche Aber ich glaube Komm Die sehen die mich Ja, die sehen mich Komm, komm, komm Grenze Falle Grenze Falle Grenze Falle Die werden einfach wegen Oh mein Gott Der hat mich geschlagen Die Falle ist genau dahinter Step one You say we need to talk He walks You say sit down It's just a talk He smiles politely Back at you You stare politely Right on through Some sort of window To You're right He goes left And you stay right Between the lines Of fear and blame You begin to wonder Why you came Where did I go wrong I lost a friend Somewhere along In the bitterness And I would have stayed up With you all night Had I known How to save a life Ich werde jetzt sterben Ich werde jetzt sterben Ja Die ist einfach genau dahinter Ey Da war Mann Das mit der Falle wird nichts Wir Ja ey Das war jetzt echt Wir hätten einfach Näher an der Mitte Das machen sollen Das war ja Wir können es ja nochmal versuchen Ja aber näher an der Mitte Weil Sagen wir So 100 Blöcke von der Border Entfernen das nächste Mal Boah es ging zwei Leute auf mich drauf What the fuck Ja aber wo sind die anderen Die sollten eigentlich bald sterben Oh ja ich hätte den extrem gut Oh ja ich hätte den extrem gut Aber ich hatte Down Down Soll die Sachen ein Schnell schnell Sammels die Sachen ein Shit 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 Ich muss es geläte tüten Weil sonst wird es ja Die Kacke im Sottssack Mach schneller Die Barriere hier Oh mein Gott Wollst du das Eisenschwert Hast du das Eisenschwert Hast du das Eisenschwert Das Eisenschwert Das Eisenschwert hab ich So zack ähm Die Schuhe au Oh mein Gott Du hast nur noch 4 Blöcke 5 Blöcke 4 Blöcke 4 Blöcke Hä aber Wo ist der Teamkollege Oh Ach so du hast die Oh mein Gott der hat mit dir Schwert Denn er hat ein Tierschwert Ist mir egal Ist mir egal Ich hab seinen T-Button mit sowas von Wiesen Equipment hier Oh mein Gott Oh Gott Ach so das ist doch ein Team Ja Oh ne Ah ja ich dachte er ist allein oder so Da will er es mit den Lava versuchen Mensch der Anna hat Boah der leckt so mega rum Ich kann die gar nicht hinten So wieder rum legen hier Ja sicher Mann ein Feuerzeug Ich hab kein Feuerzeug Das wär so OP Sonst hätte ich die Sonst hätte ich die Aber der Anna hat einen Bogen Ja aber ich hab Ich hab Ach es geht um Feuerzeug Aber jetzt hörst du mich Der Bogen ist auch OP Oh ne Oh Gott Oh Gott Ich glaube der hat keine Pfeilen mehr Ja er hat keine Pfeilen mehr Ist jetzt echt egal Der hat fast volles Leben Oh ne Oh ne 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 Damit das ist jetzt echt Boah jetzt du dir noch Spamen Spam halt noch mehr Und der andere Boah was ist das Ich krieg hier fast down Ne 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 Shit Oh Re 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 Hatt fast gar keine Herz mehr Ja Down Und Ja komm Komm Du wärst die Ja GG GG oh mein gott oh mein gott aber du wärst jetzt auf die eine jetzt nicht mehr gegangen wenn ich das gesagt oder ich weiß oder so oft gegangen sie hatte eigentlich um ein herz und mein herz wir haben die challenge leider nicht geschafft aber es war ein sehr spektakuläres video und natürlich hoffe ich euch hat das video gefallen wenn ja würde ich mir da über ein däumchen herum sehr freuen dann würde ich sagen tschau leute und bis zum nächsten mal